Norddeutscher Rundfunk 2021 Norddeutscher Rundfunk 2021 Norddeutscher Rundfunk 2021 Und das war das erste Tor für die Lanzi, und das war das erste Tor für die Lanzi, Markus Meier. Und das war das erste Tor für die Lanzi, und das war das erste Tor für die Lanzi. Und das war das erste Tor für die Lanzi, Markus Meier. Und das war das erste Tor für die Lanzi, Markus Meier. Und das war das erste Tor für die Lanzi, Markus Meier. Und das war das erste Tor für die Lanzi, Markus Meier. Und das war das erste Tor für die Lanzi, Markus Meier. Und das war das erste Tor für die Lanzi, Markus Meier. Musik 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 Applaus Nullach, 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 30 Sekunden vor der Gäste, also 30 Sekunden. Kälte Nullach, 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 Nullach. Vielen Dank. 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 Thank you. Das war's für heute. Vielen Dank. 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 Vielen Dank.